Musik Jo Leute, was geht ab? Hier sind wir wieder, eure Tricks Masters Und zwar mit dabei ist der Stylecrafter Hey Leute Und ich der Tricks Player Und ja, heute geht's wieder weiter mit Karrieremodus, mit York City Mit unseren eigenen Spielern Und ja, ich würde mal sagen, das erste Spiel wird sofort simuliert Gegen die Tabellenletzten Und hoffentlich gewinnen wir das Spiel Ja Ja schließlich, die sind nicht viel besser als wir Und ich würde mal sagen, wir skippen einfach und Ja, 2-0 So, mal gucken, die Trainingseinheit wieder Was ich find's eigentlich, das war mal ein guter Feature, der bei FIFA 16 rausgekommen ist mit dem Training, ne? Das ist auf jeden Fall So können sich die Spieler übrigens auch verbessern noch Genau Und ist eigentlich auch richtig realistisch gemacht Je länger du bist, desto mehr Entwicklungspotenzial hast du dann, ne? Dann simulieren sofort das nächste Spiel Und ja, mal gucken Jawohl Das haben wir auch 2-1 Und Trickshot hat zweimal getroffen Nice So, das nächste Spiel haben wir schon nachgeguckt Das ist das FA Cup Spiel Und da müssen wir auf jeden Fall gewinnen Das werden wir auch selber spielen Ist ja klar Ne? Wir haben zweimal simuliert und jetzt spielen wir Und ja Hoffen wir auf jeden Fall, dass wir erfolgreich sein werden So, und hier starten wir jetzt direkt das Pokalspiel Genau, FA Cup Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass wir das Spiel jetzt gewinnen Weil das wäre nicht schlecht Weil wir haben auch eine Pokalvorgabe von unserem Vorstand bekommen Und das wollen wir auf jeden Fall einlösen Und hier sind wir schon beim Anstoß Genau Wir sind auswärts, naja Ich weiß nicht unbedingt, ob das irgendwie was beeinflussen kann Aber wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes Hier und heute ein klassisches 4-5-1 Wir versuchen hier einfach mal direkt einen klassischen Konter Genau Oh, der weckt auch Kommt irgendwie da durchsetzen und passt Schade Wollte eigentlich den runterspielen, aber Wirds jetzt gefährlich Er steht gut und hat den Ball Oh, oh Das kann gefährlich werden Aber den hat unser Tricks Monster sicher Müssen wir uns keine Sorgen machen Komm, da sitzt du dich durch Jawohl Schade Das könnte die Chance werden Okay, was ist nochmal in die Mitte zu spielen und Oh, war trotzdem gut gemacht, muss man sagen Wir haben mindestens, wie jetzt schon am Anfang, sehr viele Torchancen gehabt Ja, und wir sind auch vorne mehr gewesen Also Also, wir haben auf jeden Fall gute Chancen bis jetzt Ja Machen wir jetzt nicht noch mehr große Fehler Ups Mit meinem Spiel einfach mal da so reinrasen Ja, nur gelbe Karte Wow Nein, oh, oh Zustell Oh Das war knapp Schön durch Ja Hätte ja klappen können Soll jetzt erstmal ruhig spielen Komm Schade Nicht gut genug gefehlt von mir Kompromisslos geht er dahin, sehr gut Okay, den hätte der noch spielen lassen können Wäre noch ein guter Konter gewesen Genau Und weiter geht's Zweite Halbzeit Hoffen wir mal, dass wir jetzt endlich ein Tor schießen Und weiter geht's Im FA Cup Der zweite Durchgang läuft Und wir wünschen weiterhin viel Spaß Das könnte der Gelegenheit werden Komm Ach Also bitte die Schiedsrichter Werde mich umgenockt Den Ball holt er sich vollkommen problemlos Komm Nein Lauf, wauf, wauf, wauf Oh, schade Auf FM-Hinter schießen Habe ich noch nicht wirklich Lust Muss ich sagen Wobei FA Cup bin ich mir nicht sicher Alter, da gibt's bestimmt ein Wiederholungsspiel dann Boah Das war knapp Okay, ich würde nicht passen Komm Nee, du hol ich mir Nein Du hättest die Würde ich mir Mir überlassen können Aber gut Bislang keine Gefahr Also da bei dir ist lieber eine Nummer sicher Ja Das verständlich Komm Schön Sind wir alleine Jetzt aber Komm schon, Trickshot Nein Ja, okay Der ist schon schlapp Wir müssen den gleich Sollte Verlängerung kommen Müssen wir auf jeden Fall Den raus tun Komm Jetzt aber Lauf Nein Oh Mann Ja, ja Jetzt Komm Schöp, nach oben Ach, scheiße Abseits Wo waren da Abseits Bitte schon Keine Ahnung Komm schon weiter Es wird ein Wiederholungsspiel geben Bei dem Cup ist es so Und ich würde mal sagen Das war es mit der Folge Ich hoffe es hat euch mal wieder Spaß gemacht Wie die anderen Folgen Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da Ein Kommentar Daumen nach oben Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge Haut rein Haut rein und Ciao Ciao